Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wie kaum zu übersehen spielen wir ab sofort Crusaders of the Lost Idols und wir starten auch mal direkt ins Tutorial und da kann ich nebenher das ein oder andere erklären, nämlich dass es sich dabei zum Beispiel um ein Clicker-Game beziehungsweise um ein Idol-Game handelt. Das kennen die meisten zwar wahrscheinlich schon, aber nichtsdestotrotz werde ich grundsätzlich noch mal erklären, worum es bei Idol- beziehungsweise Clicker-Games überhaupt geht. Und zwar ist das hauptsächlich der Punkt, dass man irgendwelche Gegner hat, Monster, sonst irgendwas, auf die man klicken kann und denen man allgemein Schaden machen kann, dann sterben die irgendwann, dann droppen die Gold. Mit dem Gold kann man sich Helden und Upgrades kaufen, damit man dann schneller Monster töten kann und die dann mehr Gold droppen und so weiter und so weiter. Also es ist immer so ein ewiger Kreislauf, das ist so das Grundprinzip von Clicker-Games. Hier gibt es noch so ein paar kleine Eigenheiten, die das Spiel ein bisschen anders, ein bisschen cooler machen. Da gehen wir aber später drauf ein. Wir kümmern uns hier erstmal um das Tutorial. Und zwar sagt uns dieser nette, grimmige Zauberer Level up the Bushwacker to increase his damage. So, der Bushwacker ist hier und den leveln wir jetzt direkt mal hoch. Und wenn wir dann auf die Monster klicken, seht ihr schon, machen wir jetzt zwei Schaden statt nur einen wie vorher. Jetzt leveln wir noch mal hoch. Leveling up your Bushwacker. Leveling up your Bushwacker increases your total Click Damage. Es ist formulierungstechnisch ein bisschen unglücklich, möchte ich sagen, aber nun gut, das kann man ja halten, wie man möchte. So, inzwischen machen wir drei Schaden, jetzt machen wir vier Schaden und einmal müssen wir ihn fürs Tutorial gleich noch hochleveln. Ihr seht schon, die Monster droppen hier Gold. Das wird mir hier oben angezeigt, wie viel Gold ich insgesamt habe. Also leveln wir doch glatt nochmal. So, vielleicht kurz zwischendurch, während wir hier noch ein paar Tutorialsachen machen, warum ich mich gerade für dieses Spiel entschieden habe. In dieser unfassbar riesigen Masse an Idle Games, die es inzwischen gibt. Zum einen sticht es durch seinen Namen sehr heraus. Viele, viele Idle oder Clicker Games heißen inzwischen irgendwas mit Heroes oder irgendwas mit Tap. Also irgendwie Tap Heroes, Tap Titans, Clicker Heroes, Clicker Whatever, Tap Adventure, Tap Tap Infinity, Go Tap Yourself. So, alles mögliche in die Richtung. Und da sticht das Spiel hier natürlich besonders raus. Und zum anderen hat das ein paar sehr, sehr coole Mechaniken, die es von anderen Clicker und Idle Games unterscheidet. Da will ich jetzt aber noch nicht zu viel vorwegnehmen. Das sehen wir hier auf jeden Fall im Laufe der Folge noch. Ja, bevor ich da jetzt irgendwie so einen riesen Fass aufmache mit Sachen, die hier cool und anders sind, machen wir das lieber alles der Reihe nach und widmen uns erstmal weiter dem Tutorial, das uns sagt, hey, kauf doch mal ein Upgrade für den Bushwacker. Und das sagt, increases the click damage of the Bushwacker by 100%. Das heißt, wir machen jetzt 100% mehr Schaden und man sieht schon hier, wow, von 5 geht unser Clickschaden direkt mal auf 10 hoch. Fantastisch. Damit können wir jetzt fast alles Insta killen. Das ist ganz angenehm. Und jetzt müssen wir mehr Gold sammeln, um Jack the Lumberjack, nämlich unseren zweiten Charakter zu rekrutieren. Der kostet 50 Gold und den organisieren wir uns auch gleich mal. Und da kommen wir jetzt zu einer Eigenheit, die man aus Clicker Heroes wahrscheinlich kennt, nämlich der erste Held, nämlich der gute Herr hier, der macht Schaden, wenn wir klicken. Alle anderen Helden, die später noch kommen und davon gibt es einige, machen automatisch Schaden. Das heißt, ich mache im Moment nichts, aber ihr seht, die Monster verlieren trotzdem Hitpoints und droppen Gold und das wird alles fröhlich automatisch eingesammelt. Und ich muss mich jetzt theoretisch schon um nichts mehr kümmern. Mehr oder minder. Also das läuft jetzt schon mal automatisch. Das ist eine sehr schöne Sache. Steht hier auch nochmal, you don't need to click all the time. Jim deals automatic damage, damage per second. Der wird auch angezeigt, nämlich hier. Das bei dem Schwert ist der Schaden pro Sekunde. Und das ist auch der deutlich wichtigere Wert im ganzen Spiel. Clickschaden ist größtenteils zu vernachlässigen. Das kann ich euch schon mal sagen. Hauptsächlich werden wir uns hier mit dem damage per second rumschlagen, weil wir nämlich zum selber klicken einfach viel zu faul sind. So, haben wir gelesen. Dann leveln wir Jim nochmal hoch und da sehen wir auch, hier steigt direkt die Zahl mit, dass wir da direkt den Überblick behalten, wie viel Schaden wir eigentlich machen. Ja, ich weiß, dass das den Schaden erhöht. Dankeschön. Level up Jim one more time. Machen wir earn enough gold to buy an upgrade. Das geht hier aber Schlag auf Schlag, dann kaufen wir auch nochmal ein Upgrade. Und da kommen wir jetzt gleich zu einer sehr interessanten Sache. Man kann nämlich die Helden hier, also auf einem vorgefertigten Raster, da gibt es verschiedene, das ist im Moment hier 4, 3, 2, 1, kann man die auf verschiedene Slots setzen. So, ja, und ich weiß, Tutorial hier und da, ich möchte das gern selber erklären, danke. So. Wir gehen mal ins nächste Gebiet. So, jetzt sieht man hier auch nämlich das Raster ganz gut. Da gibt es insgesamt 10 Felder. Und das heißt, man kann mit seinen Helden verschiedene Formationen bauen. Und das bringt eine ganze Menge taktische Tiefe mit rein. Denn diese Formation ist nicht einfach nur, damit es hübsch aussieht, sondern die Helden haben verschiedene Fähigkeiten, die dann eben mehr oder weniger bringen, je nachdem, auf welcher Position der entsprechende Held steht. Hier das gute Body System von Jim sagt nämlich, Increase the base DPS of Jim the Lumberjack by 100% when a Crusader is next to Jim the Lumberjack. Heißt, schlicht und ergreifend, wenn ein anderer Crusader, also ein anderer Held, direkt neben Jim ist oder auf einem benachbarten Feld, macht er 100% mehr Schaden, also sprich zweimal so viel. Wir ziehen den spaßeshalber nochmal hier hinten hin. Da macht er jetzt, naja, man sieht es nicht genau, aber es sind 30,5 Schaden an sich. Und wenn wir ihn nach hier vorne ziehen, zack, sind es 61, nämlich genau das Doppelte. Deswegen sollte man immer so ein bisschen darauf achten, wie man seine Helden eben platziert. Und ja, wie gesagt, das gibt dem Spiel halt so ganz cool taktische Tiefe. Und da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Da wird es im späteren Spielverlauf auch noch verschiedene Modifikationen geben, dass eben dieses 4-3-2-1-Raster anders aussieht oder aus bestimmten Questgründen bestimmte Slots davon belegt sind. Und dass man da eben so ein bisschen schauen muss, okay, jetzt kann ich das gar nicht so machen, wie ich das gewohnt bin und muss mal ein bisschen überlegen. Und das ist schon einer der Gründe, wenn nicht an sich der Grund, warum Crusaders of the Lost Idols einfach viel mehr Tiefe und viel mehr Wiederspielpotenzial hat im Vergleich zu anderen Clicker Games. So, wir holen uns nochmal einen neuen Helden. Nehme ich hier den guten Emo-Werwolf, was ich schon sehr großartig finde. Ich mag seine Frisur ein bisschen so schön. Ich würde sie mir aus Prinzip auch kämmen, aber vielleicht zur nächsten Folge. Wobei, ich lasse meinen Bart einfach ganz lang wachsen und dann lege ich mir den hintenrum um den Hals und kämm den mir auch so schräg über die Augen. Das klingt nach einem Superplan, finde ich. So, zudem muss ich hier noch ein bisschen was anderes erklären, nämlich wie das hier von der Levelstruktur aufgebaut ist. Auch nochmal zur Info kurz zwischendurch. In den ersten 1, 2, 3 Folgen werde ich hier sehr, sehr, sehr viel zur Spielmechanik erklären. Das ist einfach dem Spiel geschuldet und das ist natürlich immer dem Beginn eines neuen Let's Plays so geschuldet. Und das wird in späteren Folgen natürlich auch eher dazu übergehen, dass ich mich dazu verleiten lasse, mehr Schwachsinn zu machen oder mehr Sachen auszuprobieren, hier und da auf eure Kommentare einzugehen und auf eure Tipps und so. Aber die ersten 1 bis 3 Folgen, je nachdem mal gucken, wie lange der ganze Spaß wird, werden hauptsächlich Erklärungen sein, damit auch die Leute, die nicht unbedingt Plan von Clicker und Idle Games oder konkret von dem Spiel nicht so viel Plan haben, einfach auch ein bisschen durchsteigen und verstehen, was passiert hier eigentlich. So, einfach damit wir ein bisschen mehr Schaden machen, level ich hier nochmal weiter. So, ihr seht hier oben unsere kleine Map. Da sind immer 5 Level drauf pro Abschnitt. Das kann man hier mit diesen gelben Pfeilen auch noch vor und zurück skippen. Die muss man aber nach und nach freischalten, also die einzelnen Gebiete. Und in den einzelnen Gebieten hat man verschiedene Aufgaben. Also, Gebiet 1 war jetzt nur das reine Tutorial. In Gebiet 2 hatten wir jetzt hier in der Tat eine Aufgabe, nämlich Grandma Bernadette needs 16 berries for her pies. Also, Oma Bernadette würde gerne Kuchen backen und braucht dafür Beeren und die müssen wir sammeln und die droppen von Gegnern. Das ist so immer unsere Standardaufgabe pro Level, dass irgendein Gegner irgendwas droppt und wir müssen das einsammeln, damit wir weiterkommen. Das ist einfach so die natürliche Begrenzung, damit man immer eine Weile in einem Level bleibt und ein bisschen Gold farmt und eben nicht zu schnell vorwärts kommt und dann ruckzuck da steht und so, meine Helden sind viel zu schwach und ich kriege hier voll auf die Fresse. So, wir gehen mal ins nächste Level. Ihr seht schon, hier blinkt der gelbe Pfeil und die 3 hier oben ist auch grün freigeschaltet. Das heißt, wir gehen einfach mal ins nächste Level rüber. Zack. Defeat 15 Forest Creatures, so Biggles' Guard doesn't need... Alter, ich kann nicht mehr lesen heute. So Biggles' Guard doesn't have to. Also, es gibt hier irgendeinen Wächter und der ist zu faul, diese Forest Creatures zu töten, darum machen wir das. Da hauen wir jetzt einfach 15 Stück von um und dann ist der Drops auch schon gelutscht. So, zwei Stück noch, zack und schon seht ihr, Gebiet abgeschlossen und wir können in Gebiet 4 gehen. Wie euch vermutlich schon aufgefallen ist, ist hier über dem fünften Gebiet so ein kleiner Totenkopf drüber, was schlicht und untergreifend heißt, dass in jedem fünften Level, also natürlich in Level 5 und auch ansonsten in jedem fünften Level, es einen kleinen Bossgegner gibt. Das ist man aus anderen Clicker Games auch durchaus gewohnt, von daher nicht unbedingt was Neues. Was müssen wir hier machen? Obstkörbe sammeln. Für das Dorf, weil wir nett sind. Okay, das ist Grund genug, wir sind nett, also machen wir das. Klare Sache. So, wir könnten eigentlich Jim gleich nochmal hochleveln auf Level 10 und dann können wir uns wahrscheinlich, oh, okay, das Upgrade kostet schon mal 1250. Das ist schon mal ein bisschen teurer. Da werden wir wohl ein bisschen sparen müssen, bis wir uns das Upgrade leisten können. Das Upgrade macht schlicht, dass Jim 100% mehr Schaden macht, also ohne irgendwelche Bedingungen dran. Es gibt halt bei den Upgrades verschiedene Sachen. Ich glaube insgesamt drei verschiedene Kategorien. Kategorie 1 erhöht einfach den Schaden vom entsprechenden Helden. Kategorie 2 erhöht den Schaden von allen Helden. Und Kategorie 3 ist so Sachen, die irgendwie mit der Formation und sonstigen Sachen zu tun haben. Also die sich, oder die entweder von anderen Helden abhängen oder sich auf andere, spezielle andere Helden auswirken. Wie eben dieses Buddy System hier, das, wenn jemand direkt in der Nähe ist, eher mehr Schaden macht. Da gibt es halt noch verschiedene Punkte bei anderen Helden. Sehen wir aber im späteren Spielverlauf. Wir gehen das mal an Level 5 und schauen uns den Spaß da einfach mal an. So, da merke ich schon, ich mache hier relativ wenig Schaden und da kann ich gleich noch einen interessanten Punkt anführen. Nämlich, wenn die Monster hier weit genug nach links kommen zu meinen Helden, machen die meinen Helden Schaden. Und irgendwann verrecken meine Helden dann auch. Und dann sieht das Ganze so aus, dass wir das Level leider nicht geschafft haben. Dann switchen wir automatisch zum Level davor zurück. Ja, genau. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Tipp. Ouch, that boss was strong. Try idling on a lower area to be able to get stronger before facing the boss again. Genau, das ist auch so ein bisschen ein Grundprinzip. Wenn man merkt, ah, okay, ich bin zu schwach, um irgendwas zu schaffen, dann grindet man einfach ein bisschen die Gebiete davor, um mehr Gold zu sammeln, um sich mehr Upgrades leisten zu können, um dann irgendwann weiterzukommen und mehr Gold zu bekommen und stärkere Gegner zu besiegen und mehr Upgrades und mehr Helden zu kaufen. Hey, hey. Natürlich gibt es auch hier Achievements. Da haben wir schon mal zwei freigeschaltet, nämlich einmal für 100 Monster besiegen und für unseren ersten Crusader kaufen, anheuern, wie auch immer man das nennen möchte. Die Achievements sind nicht nur nett für Completionists, also für Leute, die unbedingt alle Achievements haben wollen. Die bringen auch Boni, nämlich, und zwar permanente Boni. Die beiden hier sagen, okay, erhöhe den Schaden von sämtlichen Crusadern um ein Prozent. Das ist nicht viel, aber ist ein Bonus, den man ganz gerne mal mitnimmt. Und wenn man dann irgendwie schon im späteren Spielverlauf 50 Achievements von der Sorte hat, dann sind das immerhin schon mal 50 Prozent Extraschaden. Und das ist was, das sollte man durchaus nicht verachten. So, ihr seht schon, hier gibt es auch noch ganz viele andere Tabs. Da will ich noch gar nicht so sehr drauf eingehen. Das machen wir alles bei Gelegenheit. Wir heiern jetzt auf hier... Wir heiern? Wir heuern jetzt auf jeden Fall erstmal Sascha the Fierce Warrior an. Der steht da fröhlich rum und macht direkt mal 91 Schaden. Das kann er auch gerne tun. Das finde ich sehr schön. So, ich glaube, Level 5 werden wir hier noch nicht direkt schaffen, oder? Ne, das läuft mir halt jetzt noch ein bisschen zu langsam. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne nochmal hier auf die 1250 Gold kommen. Also man sieht hier immer so in rot, wie teuer das Upgrade entsprechend ist. Und naja, 1250, da sind wir jetzt nicht so weit entfernt. 1060 haben wir schon. Ich klicke auch nochmal ein bisschen mit. So, kleiner Funfact am Rande. Dieses Spiel hat eigene Musik, die ist eigentlich ganz cool, wiederholt sich aber sehr, sehr, sehr schnell. Deswegen habe ich die einfach mal grundsätzlich ausgemacht, weil ich habe schon ein bisschen in der Closed Beta gespielt. Hatte ich irgendwie auf Steam für eine gute Woche den Zugang und ich kann die Musik leider schon gar nicht mehr hören. Deswegen habe ich hier direkt eigene Musik im Hintergrund angemacht. Die ist auch noch nicht final. Da muss ich mir nochmal eine fertige Playlist für das Let's Play hier raussuchen. Aber für heute geht das auf jeden Fall mal. Und ja, man hat hier so seine kleinen Settings. Da kann man hier... Ach, ich kann die Sound Effects mal anmachen. Wisst ihr, warum ich sie ausgestellt habe? Das geht nämlich die ganze Zeit so. Und ist leider hartnervig. Von daher, wir haben es mal gehört. Vielen Dank. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist hier dieser Progress, also dieses Voranschreiten im Level. Da kann man entweder einerseits manuell diesen gelben Pfeil klicken. Oder sobald man ein Level das erste Mal freischaltet, kann man auch automatisch da hinwechseln. Da gibt es hier... Moment, die muss ich glaube ich auch erst freischalten, die Funktion, ne? Ha, die gibt es hier noch gar nicht. Okay, dann war das im späteren Spiel. Es gibt auf jeden Fall im späteren Spielverlauf, ich muss nochmal gucken, wann man das freischaltet, eine Funktion, in der man weiter Level wechseln kann. Wahrscheinlich muss man da, wie von anderen ähnlichen Spielen bekannt, einmal Zone 100 erreichen. Oder einmal einen Soft Reset machen. Was? Soft Reset? Ja, erkläre ich später. So, wir können uns jetzt auf jeden Fall dieses Upgrade hier leisten. Und außerdem können wir uns hier noch ein Level erlauben. Und damit haben wir ja jetzt auch noch gleich mal ein Achievement unlocked. Und machen jetzt über 500 Schaden pro Sekunde. Ich finde, damit können wir uns ruhig nochmal in Zone 5 wagen, oder? Ich finde, das ist eine ganz gute Sache. Schauen wir mal. So, mit Klicken kriegen wir diese ganzen Nupsi-Viecher hier auf jeden Fall weg. Die Frage ist, kriegen wir den großen Teddy auch umgeklopft? Ja, das sieht ganz gut aus. Das sollte auf jeden Fall laufen. Dann kann ich hier nämlich gleich noch eine Sache zeigen. Es gibt nämlich Truhen. Und Truhen sind hier das zweite große Feature, was das Spiel sehr cool macht. In diesen Truhen ist nämlich Kram drin. Wir claimen das Ganze erstmal. Ja, ich will die Truhe haben. Und dann können wir mal auf den Tab hier rüber wechseln und sehen schon, hey, wir haben eine neue Truhe. Und in diese Truhe gucken wir jetzt einfach mal rein. Zack. Und sehen, tata, da sind drei Karten drin. Und hinter diesen Karten verbergen sich verschiedene Sachen. Ich gucke einfach mal, was hier so drin ist und erkläre dann einfach das, was wir haben. Ein Wooden Horn. Das nehmen wir erstmal mit. Das equippen wir erstmal. Dazu komme ich gleich noch. Das ist Gold. Das ist einfach hier. Du kriegst jetzt direkt, wenn du auf Claim drückst, einfach mal knapp 9000 Gold. Dieser Wert ist abhängig davon, in welcher Zone man gerade ist. Also wie weit im Spiel man gerade ist. Und auch wie selten die Karte ist. Also es gibt verschiedene Seltenheitsstufen bei den Karten. Nämlich auf jeden Fall Common, Uncommon, Rare. Und ich glaube, es gibt auch noch Epic. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch noch weitere Stufen gibt. Ich habe das Spiel auch noch gar nicht so wahnsinnig viel gespielt. Also ein paar Sachen werden hier auch für mich noch neu sein. Und ich muss die komplett ausprobieren. Von daher schauen wir mal. Aber auf jeden Fall knapp 9000 Gold. Nehmen wir gerne mal mit. Und in der dritten Karte stecken nochmal, genau das ist eine Common Karte, knapp 4500 Gold. Okay, das ist einerseits ein ganz netter Boost, den wir jetzt an Gold haben. Das heißt, wir können uns hier auch gleich nochmal einen zusätzlichen Helden leisten. Und machen jetzt schon mal flockig über 1000 Schaden. Das ist ganz angenehm. Achievement haben wir auch noch unlocked. Es geht voran, möchte ich sagen. Pro-Tipp, idling. Good job. If you have to take a break, your Crusaders will keep fighting while you're gone. You'll earn gold and experience points while you're gone. Even if you close the game. Genau, das ist auch eine Sache, die kennt man prinzipiell aus vielen Idle-Spielen. Also das haben nicht alle, aber die meisten Idle-Games haben das. Und zwar, wenn das Spiel aus ist, also auch wenn der PC aus ist, nicht nur das Spiel, sondern auch wenn der PC aus ist, wird quasi weiter gefarmt auf der Stufe, auf der man das Spiel beendet hat, beziehungsweise auf der höchsten Stufe, die man schafft. Und wenn man wieder ins Spiel zurückgeht, bekommt man dann einfach einen ganzen Schwung voll Gold. Und ja, das spart einem so diese Stumpfe hier rumsitzen und warten. Da kann man das Spiel zwischenzeitlich auch einfach mal zumachen. Und ein, zwei Stunden oder Tage, je nachdem wie lang man es eideln lässt, später wieder reingucken und feststellen, yay, ich habe ganz viel Gold und kann mir neue Sachen kaufen. Deswegen ist es nämlich auch ein Idle-Game, weil man einerseits die Helden hier einfach mal machen lassen kann, und nicht unbedingt selber was machen muss. Sprich, man kann einfach eideln. Oder man kann auch insofern eideln, dass man damit das Spiel vorwärts geht, gar nicht mal unbedingt am PC sein muss. So, wir kaufen uns hier spaßeshalber mal das Upgrade. Da kommen wir nämlich noch auf eine Sache, die auch noch ganz interessant sind, nämlich Abilities, beziehungsweise Skills. Und zwar gibt es Helden, die schalten gewisse Skills frei oder bringen gewisse Skills und Abilities mit sich. Der gute Herr, der gute Herr hier hat Click-O-Rama, das ist dann übrigens auch schon die vierte Art von Upgrade, die habe ich vorhin unterschlagen. Das sagt ganz einfach, für 30 Sekunden lang wird zehnmal automatisch geklickt. So, wir machen das mal. Und ihr seht schon, sobald hier ein Monster kommt, kommt hier diese Klick-Animation. Ich mache aber nichts. Das kommt ganz eindeutig durch den Skill. Hat insofern Vorteil, dass man selber noch zusätzlich klicken kann und dann eben relativ schnell Schaden machen kann oder relativ viel Schaden machen kann. Das ist immer noch mal so ein kleiner Schadensboost. Hat in Kombination mit anderen Skills später auch noch andere praktische Vorteile, dazu aber später mehr, wenn es soweit ist. So, erstmal können wir uns hier beim Emo-Werwolf nochmal ein Schadensupgrade leisten. Das ist ganz schön. Und da muss ich eigentlich nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die nämlich das erste Item auf der Karte war. Oder überhaupt die erste Karte war, nämlich ein Item. Auch eine Sache, die viele Klicker und Idle Games nicht haben. Gegenstände. Und das ist eben das, was das Ganze hier auch sehr cool macht. Es gibt einerseits Gegenstände, die allgemein gültig sind, wie dieses Horn. Das sagt einfach Reduces Ability Cooldown by 0.5%. Also der Cooldown, die Skills haben alle einen Cooldown, damit man sie nicht permanent einsetzen kann. Hier, Clickorama hat eigentlich einen Cooldown von 10 Minuten. Ist jetzt dadurch, dass wir das Horn haben, schon gesenkt auf 9 Minuten 57 Sekunden. Ist so gegebenermaßen jetzt nicht so der Knüller. Aber nun ja, es ist halt auch das erste Item, was wir haben und es ist Common und es ist so... Ja, es ist halt so da und es ist ganz praktisch, dass ich hier was dran erklären kann. Ja, wie gesagt, da gibt es hier verschiedene Items. Also man kann pro Item-Klasse bis zu vier Gegenstände ausrüsten. Da gibt es eben Horns und Cornucopias, was auch immer Cornucopias sind, das müsste ich mal nachschlagen. Mein Englisch ist zwar nicht so schlecht, aber das Wort sagt mir gerade mal nichts. Dann gibt es Ringe und Amulette und Münzen und Goldbarren. Die bringen alle, ja, verschiedene Boni und die kann man sich hier eben fröhlich zusammen stacken und dann eben, ja, seine Werte, die Werte seiner Helden entsprechend verbessern. Apropos die Werte seiner Helden verbessern, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, so ähnlich wie diese Slots hier, haben das auch die Helden. Und ja, auf diesen Karten oder in diesen Kisten oder wie auch immer, können auch Gegenstände für Helden sein, die man dann hier entsprechend in den Slot packen kann, wo dann diverse Boni drauf sind. Und entweder, also das ist dann immer speziell für einen Helden, das kann dann nur der tragen. Die Boni, die da drauf sind, können sich aber durchaus auf sämtliche Helden beziehen. Also es kann sein, der eine Held macht 50% mehr Schaden oder sämtliche Helden machen 5% mehr Schaden oder man bekommt mehr Gold oder dies oder das oder jenes. Da gibt es verschiedenste Sachen. Da muss man halt auch mal so ein klein bisschen abwägen, sobald man mehrere Items hat, okay, was verwende ich, was verwende ich eher nicht. Auch das bringt noch mal so ein klein bisschen taktische Tiefe mit rein. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal ein Level weiter und dann können wir hier auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß kaufen. Ich glaube, ich möchte hier mal Level 10 haben. So, da haben wir hier nämlich noch so ein lustiges Taktik-Upgrade. So, heißt auf Deutsch übersetzt, der kriegt 200% Schadensbonus, macht also insgesamt den dreifachen Schaden, wenn kein menschlicher Held neben ihm ist. Das heißt, wenn wir den jetzt einfach mal nach ganz hier vorne ziehen, zack, springt der von, wir gucken mal, von 564 Schaden auf 1690 hoch. Und das macht sich schon gut bemerkbar, wenn man immer ein bisschen zu faul ist, zu gucken, okay, was bringt hier eigentlich was und nicht immer unbedingt auf die DPS der einzelnen Helden achten möchte, um zu gucken, ob das sinnvoll ist. Weil manchmal tauscht man auch einfach Positionen, um zu gucken, ob das mehr Sinn macht. Kann man auch einfach immer schön auf den Wert hier oben achten. Wenn man das jetzt nämlich mal hier hinzieht, sieht man schon, uh, das war nicht so gut, da geht der Schaden runter. Zack, hier geht der Schaden hoch. Super Sache. So, das war eine ganze Menge an Informationen. Das war auch längst noch nicht alles, was ich zum Spiel erzählen kann. Noch lange nicht. Aber ich denke, für die erste Folge soll das erstmal reichen. Es erschlägt einen ja auch so ein klein bisschen. Ich würde sagen, wir probieren nochmal Level 10 so zum Abschluss, oder? Ich denke, das ist, das ist eine ganz gute Sache. Wir kriegen hier auch gerade noch ein bisschen Gold und dann gucken wir mal, können wir hier bestimmt noch Level 5 und können uns das Upgrade noch mit leisten. Und was macht denn das? Increases the base DPS of Crusaders in the column behind Sasha the Fierce Warrior by 40%. Okay, das heißt, das sagt jetzt alles, das sagt jetzt, Helden, die in der Reihe hinter ihm sind, machen 40% mehr Schaden. Das heißt, wir können den ganz elegant, so und jetzt machen wir mal einen kleinen Trick. Da wir selbst ja eigentlich keinen Klickschaden machen, also können wir, wir lassen den mal auf dem Spielfeld, aber der ist für den Bonus einfach gerade mal total egal. So, das heißt, wir packen die beiden auf jeden Fall dahinter und packen den Werwolf hierhin. Der kriegt auch den Bonus, hat aber gleichzeitig keinen menschlichen Crusader auf einem Feld neben sich. Das heißt, nur mal so spaßeshalber, einfach mal geguckt, wir hatten es vorher so, sind wir auf 3.210 Schaden, die wir automatisch machen. Wenn wir das jetzt einmal tauschen, na, der kann eigentlich sogar, nee, Moment, der kann nicht da bleiben, so, gehen wir auf 4.300 hoch. Das sind mal flockig, also so ungefähr 33% Zuwachs, also ein Drittel Schaden extra, einfach dadurch, dass wir die Helden umstellen, um nochmal ein bisschen diesen taktischen Aspekt zu verdeutlichen. So, außerdem könntest du mal grundsätzlich mehr Schaden machen, du außerdem auch, und dann gehen wir mal in Level 10 und gucken mal, wie wir da so vorwärts kommen. Wahrscheinlich kriegen wir unfassbar auf den Sack und ich werde das mal ein bisschen eilen, das ist mal vorbei, das könnte... Also der Klickschaden ist gerade total lächerlich, was hier passiert, aber der Rest könnte eventuell... Achso, ähm, vielleicht noch kurze Info, falls ihr das Spiel selber spielen wollt, äh, ist inzwischen auf Steam erschienen, äh, gibt's aber auch im Browser, ich verlinke euch beides mal unten in der Videobeschreibung. Äh, Spiel ist komplett kostenlos, also wenn ihr selber zocken wollt, fühlt euch frei. So, Achievement unlocked, äh, defeat the monster Greg and the ranch farmer Brown. Jawohl, haben wir gemacht, außerdem kriegen wir noch eine Kiste, und dann sammeln wir jetzt nochmal die Items ein, und dann ist für diese Folge aber auch gut, einen sehe ich gerade, hier ist, äh, hier am Rand noch so eine kleine hässliche Linie, die muss ich dabei Gelegenheit mal wegmachen, halb so wild. So, und, ta-ta-ta-ta, wir kriegen sogar eine Jeweled Chest, die hat nochmal eine besondere Eigenheit, die hat nämlich nicht nur drei Karten drin, sondern gleich fünf. So, ah, cool, da kann ich auch gleich noch eine Sache erklären, ähm, ähm, ah, so ein Cornucopia, ähm, Cornucopia, ist quasi nicht so ein Tröthorn, oder so, nicht ein Trinkhorn, sondern so ein Füllhorn mit Stuff drin. Reduces Ability Cooldown by 1.5%, das ist ganz cool. Ähm, Silver Lucky Coin increases all Gold found by 3%, okay, das ist auch ganz gut. Ähm, Gleaming Tin Fender Bender, das ist ein Item für den guten Herrn hier, sehen wir gleich, equipen wir direkt mal, und hier haben wir nochmal ein DeLorean, das hatten wir gerade schon mal, äh, erkläre ich gleich nochmal im Spiel, das erkläre ich jetzt doch noch mit. So, Pro-Tip, ja, blablabla, quatsch mich nicht voll. So, wir haben hier oben eine ganze Menge an Buffs, die, ähm, ja, wir durch Karten freischalten können, und hier haben wir eben jetzt zweimal den DeLorean. Das ist quasi ein Zeitsprung, also ein 30 Minuten Zeitsprung, den wir, je nachdem wie oft wir die Karte haben, einsetzen können, und kriegen dann quasi Gold und XP im Wert von 30 Minuten. Also wenn wir jetzt auf dem Status, wo wir jetzt gerade sind, einfach 30 Minuten nichts machen würden, kriegen wir ja trotzdem, also die Helden kriegen weiter Erfahrung, und wir sammeln auch weiter Gold automatisch, und diesen Zeitsprung können wir ja jetzt quasi automatisch machen. Ich setze das mal ein, da seht ihr schon, es regnet ein bisschen Gold, also man hat es nicht so richtig gesehen, aber im Moment, wir machen das eben nochmal. So, man sieht, ne, hier droppt ein bisschen Gold, und, äh, das erhöht unseren Reichtum doch schon deutlich. So, hier unten haben wir noch dieses Füllhorn, und diese Münze, die sagt, okay, grundsätzlich sämtliches Gold, das du findest, um 3% erhöht. Und, dann hatten wir ja noch einen Gegenstand, äh, für den guten Herrn hier. Der sagt jetzt nämlich auch, increase the DPS of all Crusaders by 10%, das heißt, solange wir, äh, auf Sascha diese Handschuhe ausgerüstet haben, machen sämtliche Crusader, die im Einsatz sind, 10% mehr schaden. Das ist eine ganz feine Sache, und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz schicker Abschluss, jetzt habe ich eigentlich so die wichtigsten Mechaniken alle mal erklärt, Alles andere ist dann fürs spätere Spielen, wir können jetzt erstmal ein bisschen gediegen weitermachen, zusehen, dass wir vorwärts kommen in den nächsten Folgen. Und, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, hoffe, ihr seid auch bei den weiteren Folgen, die dann noch folgen, werden wieder mit dabei. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag, und, ja, bis zur nächsten Folge, macht es gut, haut rein, und tschüss.